Jo Peeps, was geht ab? Ihr seid bei Refix Lifehacks und vor einiger Zeit habe ich euch ja diese Laterne gezeigt. Aber der eigentliche Grund, warum ich mir die gekauft habe, den zeige ich euch jetzt. Wie ihr wisst, bin ich gerne und viel unterwegs. Immer am Reisen oder Campen. Mit einer Taschenlampe sind manche Dinge einfach echt mühsam. Besonders, wenn man on the road ist. Also habe ich eine verlässliche Laterne gesucht und gefunden. Die Tech Lantern ist mega robust, leuchtet extrem hell, hat oben diese Bügel dran und ist für jedes Wetter geeignet. Sie wiegt nur 300 Gramm, also reiste mit leichtem Gepäck. Sie ist aber natürlich auch etwas für zu Hause. Die Tech Lantern leuchtet mega. Ich habe es getestet. Sie ist sichtbar über 3 Kilometer. Das Geheimnis dahinter sind die langlebigen COB-LEDs. Ich habe die Tech Lantern nun seit einem Jahr in Betrieb und kann sie euch hellstens empfehlen. Also, alles in allem ist die Tech Lantern der perfekte Begleiter. Wenn du eine haben willst, dann habe ich 50 Stück davon mit dem Link in der Videodescription für dich reserviert, für euch reserviert und ihr bekommt einen 5-Euro-Gutschein. So, wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video liked, teilt, kommentiert, abonniert, alles und ich hau mich jetzt hin. Bis dahin. Ciao. Ciao.